und damit heiße ich euch herzlich willkommen zu einer neuen folge headstone pack opening und ja ich habe mir jetzt zwei neue packungen er spielt und eins gekauft also ich habe er also ich habe alle beide durch ein quest erhalten und ja deswegen werden wir jetzt heute noch zwei stück öffnen hoffentlich bekommen wir was gutes so zuerst den ganz normalen was ist wohl da drinnen so selten wenn ihr ein also aufwertung heißt dieser karte wenn ihr eine waffe habt erhält sie bloß 1 bloß 1 liegt an der fall ach so meine waffe hält länger ok sturm geschmiedete axt also überlandung ach so das ist im dings vom frost thron deswegen sieht dass er auch anders da aus verwandelt also droide der klaue wählt aus verwandelt in einer katze mit ansturm oder eine beeren mit sport ok also es verwandelt irgendwas in einer katze das habe ich doch schon windzorn scharf sehr von total mal so pack nummero 2 was ist wohl da drinnen bitte was gutes seelenschmiede zieht zwei waffen aus eurem deck krieger leben entzug führt allen dienern einen schaden zu das ist das ist soll ich sagen das ist auf jeden fall gebrauchbar denn ein schaden allen dienern ist grausige beschwererin kam schrei erhaltet ein spiegelbild auf die hand warte das ist das mache ich als namen nähe so ich bin ich genommen verraten kam schrei entfernt die oberste karte des text eures gegners sehr brocken verleiht eurem helden plus plus drei angriff in diesen notzug und drei rüstung also bisher habe ich nur coole sachen erhalten ich kann mich nicht beschweren leute danke fürs zusehen ich hoffe es hat euch gefallen und